Moin Leute, da melde ich mich mit dem 50. Teil Schwarze Schar 1%er MC, Kriminelle Vereinigung. Ja, es muss mal wieder zu einer Aussprache kommen. Und ich habe das im letzten Teil ja schon so ein bisschen angeteasert, das nervt viele Clubs. Egal ob klein oder groß, dieses komm mal vorbei, wir müssen reden, da ist irgendwas verrissen. Und bei dieser Sache war es wirklich eine enge Kiste für mich und da habe ich danach lange drüber nachgedacht, wie das auch hätte immer schief gehen können. Aber ich will nicht vorgreifen. Also erstmal schön, dass ihr dabei seid, Leute. Kurz vor dem Urlaub nehme ich diesen Teil noch auf und dann freue ich mich, dass wir kurz weg sind. Und meine Marisa wird ja, die hat Geburtstag, mehr sage ich dazu nicht, die hat Geburtstag. Und dann sind wir auch unterwegs an dem Tag, wo ich dieses Video veröffentliche, wird Marisa dann Geburtstag haben. Also, liebe Leute, der Sven aus dem Bandidos-Support dort aus dem Bereich Anklam, der hatte sich dann an die Perle rangemacht, hatte sich dann da versteckt. Wir haben dann die Anzeige aufgelöst bekommen, aber Stimmung schon scheiße. Und hier geht es jetzt um das, was ich so oft erzähle, um dieses, ja, wir wurden in unserer vermeintlichen Ehre herabgewürdigt. So dieses, ihr habt euch nicht angemeldet, wie kann ein Supporter kommen und eine Ex-Frau von uns rangehen. Und da sind schon schwere Kriege deswegen losgegangen. So, jetzt war es so, dann die Anrufe, ja, pass auf, wir müssen vorbeikommen. Und da haben wir gesagt, ja, pass auf. Dieses Rand zitieren lassen ist dann ja auch so ein Gefühl, dass man dann schon sozusagen der in der unteren Stellung ist. Wisst ihr, der eine zitiert ran und der andere muss irgendwie springen und fragen, wie hoch, wie weit und wann darf ich loslegen. Das ist dann sogar ein Geplänkel am Telefon. Das werden einige hier kennen, die selber in kriminellen Kreisen unterwegs waren oder in Rockerclubs und so weiter. Da spielt dann der vermeintlich Stärkere diese Karte schon aus und sagt, mehr am Telefon nicht, aber seht zu, dass ihr herkommt. Da weißt du schon, okay, gibt Headmate. Und da habe ich auch gleich am Telefon gegengehalten. Ich habe dann gleich mit dem Präsidenten damals telefoniert von dem Bandidos Anklam, ich nenne ihn mal Vessi. Und der war mir eigentlich recht sympathisch. Ich habe das ja mal gesagt, also bevor Leute das so verstehen, dass man, dass ich hier nicht immer diese generelle Szene verurteile. Das verstehen Leute nicht, die neu dazukommen zu diesen Serien. Denn da sind ja Leute drin, die menschlich auch völlig in Ordnung sind, wenn sie nicht darin gefangen wären, in vielleicht Gewalt und Kriminalität. Aber es war schon jemand, wo ich gesagt habe, ja, der passt in die Welt. Also, was der auf dem Kerbholz hat und was nicht, das kann ich jetzt hier nicht beurteilen oder nicht mitteilen. Aber es war schon jemand, wo ich sage, ja, mit dem kommt man sich dann dort. Digger, jetzt klingelt es mittendrin. Ich hoffe, dass ich das beides zusammengefügt bekomme. Auf jeden Fall war es jetzt gleich, klar müssen wir uns da drum kümmern. Und zwar in der Hinsicht so, jetzt darf man nicht zurückziehen. Schwäche wird sofort gewittert. Wisst ihr, Schwäche, da achten einige drauf, okay, wie werden die sich dagegen, okay, jetzt waren da die Bullen. Und wir mussten davon ja auch ausgehen, das, was der Sven dort bei sich erzählt, bei seinen Jungs, wird nicht der Wahrheit entsprechen. Ja, das war mir schon klar. Ich habe da zu viel Lügen erlebt innerhalb dieser Szene, innerhalb der Kriminalität, wo ich auch selber ganz weit vorne war. Wir haben die Dinge so erzählt, um das hinzumanipulieren. Das ist eine, selbst wenn du da als Präsident oder in Führungspositionen diesen Clubs bist, bist du ein Manipulator. Du musst die Leute manipulieren, die Clubs drumherum. Die Leute, das sind häufig ganz viele Leute, die Menschen lesen können und dann über diese Manipulationen Menschen führen können. Genau das war auch eine Sache, die ich gemacht habe. So, dann kam es zu diesem Anruf. Ja, und der Sven hat gesagt, der wurde da von euch gejagt da in der Stadt und so weiter. Ich sagte ja nicht weiter am Telefon. Ich sagte, macht euch mal keine Sorgen, wir kommen da jetzt rübergefahren zu euch. Und dann, ja, alles klar, wir treffen uns im Clubhaus und es gibt so ungeschriebene Gesetze. Aber da hält sich halt kaum einer. Das wird nach außen erzählt, so in dem Sinne, okay, wir treffen uns zu einer Aussprache und da wird nichts passieren. Da wird es keinen Krawall geben. Ich gebe dir mein Ehrenwort, ich schwöre auf die Kutte, kann ich alles nicht mehr hören. Da halten sich gewisse Leute ran, vielleicht so ein paar Oldschool-Rocker oder so. Das gibt es oder in der Kriminalität. Ich habe es aber zu oft erlebt, dass es dann auch bei diesen Treffen dann trotzdem eskaliert ist, wenn dann gesprochen werden sollte. Wenn die Emotionen dann hochkochen, dann war es dann allen auch scheißegal, jetzt legen wir da los. Wir haben gesagt, okay, wir kommen da rübergefahren. Und ich habe gesagt, pass auf, ich lade zwei, drei Jungs ein und habe das Auto dann vollgemacht. Man könnte jetzt denken, seid ihr mit dem Motorrad denn hingefahren? Und ich sage, ja, na, aber safe, Digga. Also, wir sind alle mit der Kutte ins Auto und haben uns dann auf den Weg gemacht. Da fährt man schon mit mulmigen Gefühlen. Es wäre alles andere, wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde und mich hier ins Internet setze und würde sagen, ja, das hat mich alles immer nicht interessiert, ging mir am Arsch vorbei. Und wenn das dann kommt, dann bleibe ich halt liegen. Und das sind immer so Geschichten von einigen hier auch im Internet. Das sind so Geschichten aus der Gruft, weil sie sich besonders hart und sonst was darstellen wollen. Und das muss ich leider sagen, ist ein kleiner Seitenhieb, ich weiß. Aber keiner fährt gerne zu diesen Treffen hin, wo du weißt, es könnte eskalieren. Alle wollen irgendwie sicher nach Hause kommen. Ansonsten bist du auch ein Soziopath, ein Psychopath, dem dann auch alles scheißegal ist. Dafür lebte ich dann auch doch zu gerne. Klar war, dass das ja jetzt nicht unbedingt geschossen wird, aber man hat schon damit gerechnet, vielleicht wird da geprügelt. Wer weiß, was der erzählt hat. Im Auto dann jetzt nicht vorbereitet. Es war die typische Vorbereitung, die wir gemacht haben. Einige werden es wissen. Was habe ich mir an meinen Gürtel wie immer rangemacht? In die Kommentare schreiben. Für welche Firma mache ich jetzt hier Werbung? Irgendwas, was ich dann damals immer mitgenommen habe. Natürlich, die Leute wissen es aus den Serien. Die klassische Fiskars-Achse, die Handachse, dann mitgenommen, dann unter der Kutte, an den Gürtel mit ran, Messer mit. Und das heißt ja schon, du fährst eigentlich auch schon mit diesem Vorsatz dahin. Okay, wenn es knallt, dann knallt es halt auch richtig. Aber wenn du zu jemand anderem ins Klubhaus fährst, ziehst du im Endeffekt den Kürzeren. Ja, die können sich vorbereiten, die kennen sich dort aus, du kennst die Lokalität nicht. Die können mehr Leute da haben, draußen Auto lahmlegen, Reifen durchstechen und so weiter. Das sind Dinge, die du durchspielst, aber der Kontakt war bis dahin ja okay. Die waren kurz vorher noch bei uns feiern und jetzt ist das verrissen über diesen Supporter. Und du weißt nicht, wie doll wollen die sich jetzt gerade machen? Wollen die ein Statement setzen? Wollen die hart durchziehen? Wie hart werden wir durchziehen? Ich weiß, das klingt hier für viele und sagt so, ja und was macht ihr euch da Gedanken? So ein Scheißner Hund, der ist da zu der Perle hin, die waren von dem anderen getrennt. Scheiß drauf, ihr habt da ein Statement gemacht, seid da rein, ist doch alles erledigt. Was ist das für ein Kindergarten? Ja, genau so, genau so denke ich da heute auch drüber. Sind wir da hingefahren? Ich meine, ich hatte den Carlos Klaus mit. Ich glaube, Ditsche und Hans Wurst waren mit. Da ist aber keine Garantie drauf. Und wir sind dann hingefahren und dann haben wir uns bei denen im Clubhaus getroffen, sind da raufgefahren, war dann irgendwann abends und sind dann ausgestiegen und dann haben wir schon gesehen, okay, da stehen dann schon einige Jungs rum. Dann geht man hin, dann musste ich das machen, was ich ja geliebt habe, dieses komm, alle mal einschlagen, einschlagen, ja, moin, moin, schön, dass ihr da seid, grüßt euch und so weiter, muss dann da irgendwie 15, 20 Leute begrüßen, die hatten da, glaube ich, dann eine spontane Clubsitzung irgendwie draus gemacht, dass da alle da waren. Wir sind dann in deren Clubhaus rein, das war eher so ein bisschen Baracken-mäßig, ich glaube, so ein alter, umgebauter Schweinestall oder so, ist gar kein Hate oder so, war aber eher eine längliche Baracke, so draußen vergittert und drinnen bist du dann reingekommen. Das Typische, wie man sich so ein Oldschool-Clubhaus vorstellt, war so nie unser Ding, aber hat auch immer einen gewissen Charme, also draußen die Fenster vergittert, dann die Tür, da kommst du rein, dann alles natürlich in Rot-Gold, Rot-Gold gestrichen, Tresen, Sitzecke, irgendwo Fliesentisch und Tisch und Feuertonne draußen, eine Bar, dann stehen da die Jackie, Jim Beam und was weiß ich Flaschen, ja, so querbeet, ich weiß gar nicht, ob da ein alter Billardtisch oder sowas drin war, habe ich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht so die beste Erinnerung, habe mich auch damals ja natürlich nicht darauf konzentriert. Und dann haben wir die Jungs etwas intensiver begrüßt, die dann auch bei uns gefeiert hatten, die sind dann auch mit da gewesen und dann hat man gesprochen, ja, danke nochmal für die Einladung, ja, krass und jetzt, okay, schade, dass wir uns jetzt hier treffen und dann ist das so, dass dann dort auch dieser Sven stand, den wir dann nicht begrüßt haben, sondern ihn dann auch mit dementsprechend bösen Blicken bestraft haben. Ja, so haben wir den dann bestraft und haben dann aber ihn erstmal wegignoriert und haben gesagt, okay, wir müssen das jetzt hier irgendwie besprechen. Und dann ist das so, okay, die hatten dann auch einen Member-Bereich und dann haben wir die zwei Member von uns draußen stehen lassen, dann sind wir mit Vesi, dem Prisi und ich glaube seinem Sergeant und wir zwei sind dann in den Members-Bereich gegangen, haben dann drüber gesprochen und dann ist das so, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie man das so erklären soll, da, ich war bei sehr, sehr vielen solchen Treffen, ganz unterschiedlich, ob das jetzt mit der litauischen Mafia war, mit Angels aus Hamburg oder aus Rostock oder mit dem Band DDoS, mit Gremium, da gibt es ganz unterschiedliche Gesprächsführungen. Alles, was in den höheren Bereich organisierte Kriminalität ging, da ging es eigentlich immer relativ ruhig zu. Da muss ich sagen, da wurde nicht geflucht, da wurde nicht rumgeschrien, da wurde es nicht laut, sondern da wurde eher leise gesprochen und es wurde sehr viel Wert darauf gelegt, jeden ausreden zu lassen, jeden erstmal mit einem gewissen Grund Respekt zu geben, okay, erzähl erstmal deine Seite, gut, höre ich dir zu und sag, gut, ist bei uns anders angekommen. Also, da war trotzdem eine latente Bedrohungslage und du hast schon gespürt, okay, wir reden hier richtig über eine krasse Nummer, da werden auch noch einige Sachen kommen, wo diese Treffen waren, also das war mal ganz unterschiedlich. Jetzt, ich sag jetzt mal so, von Dorfrocker-Club zu einem Prozenter, zu anderen Dorfrocker-Einprozenter, da saß man dann und hat gesagt, okay, pass auf, was ist hier passiert, unser Supporter hat gesagt, ihr seid in die Bude reingestürmt, habt ihn bedroht. Und dann, welche Karte wird dann gespielt, welche Karte wird dann gespielt, warum sind die überhaupt ausgeflippt in Anklam? Das würde mich mal interessieren, was ihr denkt, was war überhaupt der Knackpunkt? Der Knackpunkt war, und das machen viele, die sagen, ja, auch wenn ich da Scheiße gebaut habe, ich bin zu der Frau gefahren und die wollen mir dann auf den Kopf hauen und so weiter und mit den Bullen habe ich auch nichts zu tun, die Bullen haben die Alte gerufen, aber eins will ich euch noch sagen, meine Brüder, und ich will ja auch zu euch können und ihr wisst, ich mache mich gerade für euch und Rot-Gold, das ist meine Farbe, aber wisst ihr, die haben auch noch gesagt, die scheißen auf euch, die scheißen auf den ganzen Club, die scheißen auf ganz Deutschland, die scheißen auf die ganze Welt und die kacken eure Farben und die machen euch alle platt, die kutten euch ab und so weiter. Ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben von mir, aber natürlich versucht der Öl ins Feuer zu gießen, um dementsprechend seinen Club aufzuhetzen gegen uns, damit seine Lügen oder seine Sachen nicht rauskommen. Und das muss man dann ja auch verstehen, dass der dann da nach Anklam fährt und das dann denen erzählt hat und gesagt, ja, ich hatte Ärger mit denen, weil ich da mit der Perle und so weiter und da haben die gesagt, ey, was bilden die sich ein da in Wismar, scheiß auf die, wie kann das sein, wir waren bei den Feiern, wir verstehen uns gut, wir hatten uns gegenseitig jetzt eingeladen und ist klar, das ist das, was vielen, vielen Clubs schon viel Ärger bereitet hat, ist dieses Bereich aus dem Bereich Supportern, auch von Prospects und so weiter, die da viel Ärger und viel Blut geschürt haben, um ihre eigenen Fäden auszutragen über den Club, wenn die Clubs nachher nicht mehr miteinander gesprochen haben. Ja, für mich war das dann so, dass ich gesagt habe, so, um was geht es hier eigentlich? Ich sage, wir sind jetzt hierher gefahren, wir fahren jetzt zwei Stunden her, ich habe noch was anderes zu tun, als hierher zu fahren. Und dann sagt er, ja, pass auf, wir reden ja über den Vorfall, so und so und da sollt ihr das und das gesagt haben. Dann hört man sich das an und da bedarf es schon einer großen mentalen Stärke und das ist ja eine Superkraft, wenn man in einem Streit ruhig bleiben kann. Wenn jemand was über einen sagt, das stimmt nicht, dann erstmal kurz abzuwarten und zu sagen, okay, das höre ich mit zehn Minuten an, das Gelüge und dann antworte ich ruhig. Das ist eine Superkraft, in einem Streit ruhig zu bleiben ist eine Superkraft, ich wünschte, ich hätte die, ich kann auch gut streiten, ich kann super streiten. Könnt ihr Marisa fragen, ich liebe es, nee, ich liebe es nicht, aber manchmal muss man auch gut streiten. Aber das ist eine Superkraft. Und dann hört man sich das an und dann sage ich so, ja, und dann kommst du, und dann kommt bisher auch eine Sache, die so üblich ist und der hat gesagt, ja, der kam ja an, der hat uns das in die Hand geschworen und ich sage, ja, der ist ja ein Lügner. Dann ist er einfach ein Lügner. Ich sage, dann hat die ihm da ihre Geschichte erzählt und dann erzählst du deine Seite, das ist so ein üblicher Ablauf, wenn du überhaupt zu Wort kommen darfst. Es gibt auch Treffen, wo du hinkommst, als Außenstehender vielleicht, wenn du nicht zu einem Club gehörst oder so, dass du gar nicht angehört wirst. Auch das habe ich schon erlebt, da ging es nicht um uns, ging es um jemand aus unserem Umfeld, der durfte sich gar nicht dazu äußern. Da haben die gesagt, der eine hat dann gesagt, ich schwöre auf meine Kutte und dann war das für alle schon geklärt, okay, dann brauchen wir den anderen gar nicht anhören und wurde der mit dem Strafgeld belegt. Ich habe dann auf jeden Fall gesagt, pass auf, dann lügt der und wir reden ja jetzt hier von Club zu Club und nicht über den Supporter da draußen. Das ist mir scheißegal, wie gut ihr mit dem befreundet seid, er hat sich an die Regeln nicht gehalten. Du weißt das selber und dann geht es auf die emotionale Ebene, dann fängt man halt an zu manipulieren. Dann geht es auf die emotionale Ebene und sagt, pass auf, Digga, ich persönlich, ich als Präsident, ich würde jeden bei mir im Club bestrafen, wenn der hier nach Anklam kommt oder an euer Gebiet hier nach Vorpommern und der meldet sich nicht an, fährt der hin mit der Kutte. Wird er von mir schon mal einen Anschluss bekommen, ich würde dich anrufen und würde sagen, wer sieht, tut mir leid, Digga. Wusste der nicht, machen wir bei einer Flasche Gin, kümmern wir uns drum und dann war es das. Das ist dann auch immer recht reibungslos. Ich habe dann aber auch gesagt und dann habe ich den Spieß umgedreht und ich habe gesagt, so pass auf, Digga, wie würdest du das finden, wenn ich jetzt, wenn du dich von deiner Perle trennst und ein paar Tage später funke ich die erstmal an und ich sage so, das mit Vessi hat sich doch erledigt, Mensch, hast du nicht Bock mit mir ein überbackenes Schnitzel essen zu gehen, statt Kaffee, Digga, scheiß Kaffee und ich würde mit dir anbandeln und ich fahre zu deiner Ex hin, ich fahre da mit Kutte hin in dein Gebiet, geh zu deiner Ex, häng da rum, wie würdest du das finden? Ja, No-Go. Ich sage, Digga, warum ist das bei uns dann anders? Also, warum kommen wir jetzt hierher und labern über den Typen da? Dann war das relativ schnell geklärt, dass das dann sozusagen ein Missverständnis war, die selber wollten sich dann drum kümmern, ihren vermeintlich zukünftigen Prospekt oder ihren Supporter sich da drum zu kümmern, das war uns egal, das haben wir gesagt, das überlassen wir euch, je nachdem, was ihr da macht. Was spricht man dann dieser Person noch aus, diesem Sven, was spricht man dem noch aus? Na, Stadtverbot. Ja, du hast NRW-Verbot, man will so ein incoming, scheiß drauf. Und, ähm, dann wurde Stadtverbot ausgesprochen, natürlich, wenn du dich nochmal blicken lässt, dann bist du dran und so weiter. Man verabschiedet sich, geht da weg, aber war trotzdem irgendwie, war hier ein Bruch mit denen drin. Ich kann es nicht erklären, warum, ähm, ich wüsste auch nicht, wie ich das erklären sollte, dass danach der Kontakt trotzdem in die Richtung Vorpommern zusammengebrochen ist. Noch nicht ganz, aber wir haben da zusammen gefeiert und das war es erstmal. Es hat sich nicht weiterentwickelt, aber zu den weiteren Storys kommen wir ja noch. Wir sind dann, äh, weggefahren. Ratet mal, dass, äh, das Ditsche kam natürlich auch wieder mit der Perle zusammen, das war dann auch immer ein Auf und Ab und Hin und Her, ähm, war aber egal, die war auch immer gut für, für Krawall. Sieh mir das nach, ich weiß, du guckst manchmal die Serien, also sieh mir das nach. Damals war sie immer noch auch mal gut für Krawall. Und das Leben mit einem von uns war mit Sicherheit auch nicht einfach und hat dann auch zu dem Krawall so geführt. Aber wir machen jetzt einen, wir machen jetzt einen größeren, einen größeren Zeitsprung machen wir jetzt. Und dieser Sven spielt jetzt so eine Rolle, weil das passt jetzt hier in diese Story rein, dieser Sven, so. Als ich das zweite Mal verhaftet wurde und da saß ich noch in Untersuchungshaft und war angeklagt wegen, äh, wegen bandenmäßigen Drogenhandels. Und dann habe ich ja meine Akten bekommen. Also wie gesagt, wir machen jetzt hier einen Zeitsprung von ungefähr drei, dreieinhalb Jahren. Und ich habe danach, nach diesem Vorfall in diesem Clubhouse, habe ich von diesem Sven nie wieder was gehört. Und, ähm, und im Jahr 2014, wo ich dann auf der Anklagebank saß, da habe ich dann die Akten vorher, äh, in den Knast geschickt bekommen, kistenweise. Ich habe die TKÜs und so weiter und dann, und dann war da eine Anklage, eine Anklage drin, Handel, Handel mit, äh, Handel mit Drogen in, ähm, in Vorpommern, wo ich mir gedacht habe, okay. Und dann habe ich diese Anklage bekommen und die passenden Akten dazu und da war alles drin ausgeschwärzt. Also die wichtigen, äh, Stellen mit Adresse, ähm, Übergaben, Namen und so weiter, das war alles, das war alles ausgeschwärzt. Und da habe ich so gedacht, so, weil ich hatte in meiner Anklage, hatte ich acht Anklagepunkte, ähm, acht, acht sehr massive Anklagepunkte. Und, und den einen konnte ich mir gar nicht erklären. Die meisten konnte ich mir schon irgendwie zusammenreimen, die, äh, wie, wie die Polizei darauf gekommen ist. Einige stimmten, einige stimmten nicht. Aber das wird ja noch aufgelöst hier. Und ich hatte, ich, äh, ich hatte, ich hatte ja nur wenige Verhandlungstage, weil ich dann, ähm, weil ich dann in einer Sache mich selber belastet habe und gestanden habe, bevor das hier falsch verstanden wird. Das ist noch, ähm, und dann, äh, wurde ein Verhandlungstag angehängt, ein weiterer Verhandlungstag. Und dann habe ich gedacht, so, und dann sage ich zu meinem Anwalt damals so, sage ich so, der, um was geht's jetzt noch hier? Er sagt, ja, ähm, der, der Kronzeuge wird noch gebracht. Ich sage, welcher Kronzeuge denn? Ich sage, das hätte ich doch, hätte ich doch mal wissen müssen, äh, von, von den eigenen Jungs hätte ich doch gehört, irgendwie gerüchteweise über die Perle, die mich dann, äh, damals noch besucht hat. Oder von irgendjemand hätte ich gehört, dass irgendjemand da raus ist und jetzt im Zeugenschutzprogramm ist oder sonst irgendwas. Er sagt, ist aus den Akten nicht ersichtlich, macht auch die Verteidigungsschrift, er sagt, lassen wir erst mal auf uns zukommen. Ich sage, was heißt, lassen wir uns erst mal auf uns zukommen? Und das musst du dir ja dann im Knast vorstellen. Du wartest da und denkst dir, okay, wem sitzt du morgen gegenüber? Und dann hatte, äh, also, ich war ja doch vorbereitet, dass ich irgendeiner meiner, meiner ehemaligen Jungs sehe, dass ich irgendjemand aus Wismar sehe oder sonst irgendwas. Ihr wisst ja, wo die Reise hingeht, das ist klar, ihr seid ja nicht doof. Und, aber ich saß im Knast, jetzt komme ich mir damals ja noch nicht zusammen rein. Und dann habe ich gedacht, Alter, auf wen treffe ich denn morgen? Was wird der erzählen? Was weiß der? Und, ähm, das ging dann um, 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 mehrere, mehrere Kilo, äh, Kokain-Genas. Und, äh, mehrere Kilo Kokain, das steppert Jahre als Bande. Da reden wir, da reden wir ganz schnell, dass du da ganz schnell ein Sechser, Achter, Zehner Eisen kriegen kannst. Und ein Kronzeuge ist generell, äh, glaubwürdig, weil er sich selber belastet, weil er im Drohunghandel selber aktiv war. Und dann wurde ich, ich wurde sowieso unter starken Sicherheitsvorkehrungen immer zum Gericht gebracht, äh, als Hochsicherheitsgefangener. Ja, und da war sowieso mal Polizei. Und an diesem Tag stand da wirklich ein M.E.K. oder sonst irgendwas mit, mit Maschinenpistolen und sonst irgendwas. Vorher war halt, ja, normal Bereitschaftspolizei oder sonst irgendwas da. Und jetzt war richtig Groß-Einsatz. Ich denke mir so, Digga, und diesmal wurde mir Hand- und Fußfesseln nicht abgenommen, weil sonst im Gerichtssaal wurden mir Hand- und Fußfesseln abgenommen. Das hat mein damaliger Anwalt dann beantragt, hat gesagt, so, wie kann das sein, so als Angeklagter noch ist er unschuldig. Und dann hat der Richter auch gesagt, ja, in meinem Gerichtssaal trägt er keine Hand- und Fußfesseln, wurden dann lose gemacht und, äh, also abgemacht. Und an dem Tag muss ich Hand- und Fußfesseln noch tragen dann. Und dann denke ich mir so, Alter, was kommt jetzt? Und dann mehrere Kilo Kokain anklingeln. Ich sage, wie kommen die da drauf? Digga, dann geht die Tür auf, dann geht die Tür auf und dann kommt jemand rein, so wirklich, wirklich so mit, mit, mit Sonnenbrille, so hütig auf, wirklich so Fernseh, Fernseh-mäßig. Da denke ich, ich gucke, ich gucke da hin, ich denke mir, ey Digga, erkennst du von der Figur nicht, vom Gang nicht, keine Ahnung, setzt sich dann da hin und dann auf einmal so, äh, hier, äh, Kapuze runter, hat er sich auf so einen Bart stehen lassen, ne, so, wie so ein, wie so ein, wie so ein, wie so ein Hecken-Petter-Part, Bart. Ja, und dann setzt er sich da so hin, ich flüstere so zum Anwalt drüber, ich sage, ja, keine Ahnung, Alter. Und er sagt so, ja, aber du musst wissen, da haben wir so ein bisschen getuschelt, bevor das dann losgeht, dauert das ja dann ein bisschen, dann kommt das Gericht wieder rein, laber, laber, Richter steht auf oder die Schöffen alle und dann alle stehen auf, laber, laber, die Hauptverhandlung wird eröffnet, hier, Tag, XY, bla. Und dann, äh, und dann, äh, fängt der, fängt der Staatsanwalt an oder der Richter begrüßt dann da diesen Kronzeugen und dann steht der Staatsanwalt auf und, äh, und, und, äh, sagt dann so, ja, hier haben wir so und so Zeugen, äh, Sven so und so. Da hat es bei mir immer noch nicht geklingelt. Ich denke, ich habe den Typen zweimal gesehen. Der ist fast dreieinhalb, vier Jahre her. Ich habe den, ich habe den, ich habe den, wie gesagt, zweimal gesehen. Dann auf einmal, und dann, und dann sagt er so, ja, äh, sie haben sich ja als, äh, als Zeuge gemeldet in diesem Verfahren, ähm, weil der wurde selber, äh, mit, mit Drogen erwischt und dann, ähm, ist die Polizei auf ihn zugegangen und hat gesagt, so, ja, pass uns auf, sie können ja ihre Strafe mildern, wissen sie noch was über gewisse Strukturen in der Rocker-Szene, wie der Drogenhandel da läuft, weil bei der Polizei war das hinterlegt, dass er, ähm, in Rocker-ähnlichen Gruppierungen war oder im Support bei den Bandidos oder aus deren, aus deren, aus deren Club. Und bevor hier die Bandidos, das ist hier falsch gestehen, das ist in allen Clubs so, da können die Bandidos nichts für, überall sind dann solche Leute dabei. Der wurde dann mit irgendwas erwischt und hat die Polizei gesagt, ja gut, können sie was zu den Strukturen sagen, dann könnten wir ihre Straftat vergessen. Ich weiß auch nicht, womit der erwischt wurde und so weiter, habe ich nicht erfahren. Und, äh, da denke ich mir so, erst habe ich gedacht, so, das würde doch jetzt nicht darum gehen, dass wir denen einmal in den Ohren hauen wollten oder was. Geht das jetzt um diese scheiß Wohnungssache oder was? Na, weil das wäre, das wäre ein absolutes Mindervergehen, das wäre ja auf jeden Fall eingestellt worden bei der, bei der Strafe, die ich zu erwarten hatte. Und, ähm, und dann, dann sagt der, äh, sagt der so, ja, ich kann dazu was sagen und zwar, ähm, ich habe meine, ähm, ich habe meine Drogen, ähm, Kokain bei der schwarzen Schal in Wismar gekauft und das, äh, immer von Philipp. Die Übergabe hat Philipp gemacht, die Abrechnung und so weiter, das lief alles über Philipp. Digga, ich dachte, ich kippe aus dem Stuhl. Ich dachte, ich kippe aus dem Stuhl. Und dann musst du dich erstmal ruhig verhalten. Ich sag, Digga, ich, ich im Gericht sage, ich sag, Digga, ich weiß gar nicht, wer du bist, Alter. Ja, Digga, wir haben uns zweimal gesehen, ich habe gar nichts mit dir gemacht. Ne, dann wirst du natürlich ermahnt, dann wirst du ermahnt vom Gericht, ne, beruhigen sie sich, ne, sonst müssen sie in der Zelle, dann nehmen wir da einen Prozess nicht wahr, oder Strafgeld, oder Ordnungsgeld, oder Ordnungshaft. Ich sag, ah, jetzt würde ich verhaftet, oder was, ich sitze im Schnackknast, was sollen sie machen, mich einsperren, oder was? Wenn der Anwalt dann so, ja, beruhig dich mal, beruhig dich mal, lass dich doch erstmal labern. Das ist fair, das dann anzuhören. Besonders, wenn Leute dann anfangen, so zu lügen. Und dann setzt er sich hin und sagt dann so, ja, ähm, wir, dann hat er so ein bisschen das so erzählt, ja, so kennengelernt, da hatten wir Partys, so bei den, ähm, dann hatten wir, waren wir auf der Party, das, was hier in der Serie vorher erzählt worden war, waren wir auf der Party, waren wir bei der schwarzen Schar und so weiter, und dann, und dann sind die auf mich zugekommen, ja, na klar, ich suche mal auch die größte Null auf der Party aus mit 300 Leuten und gehe auf den zu und ich sage, denk, er wird so zwei Kilo Kugeln kaufen, aber gut. Klingt, klingt, klingt für die Polizei, glaubwürdig, so Rocker untereinander, so hin und her, und dann wurden die angesprochen. Dann hat er das so erzählt, ja, auf der Party sind die auf mich zugekommen und haben gesagt, die haben eine geile Quelle für, für, für Koks und, äh, die würden das auch gerne, äh, ähm, das Geschäft erweitern und ob das dann nicht laufen könnte. Und dann habe ich den Sven gefragt, den Supporter, den Manitius habe ich dann gefragt, kannst du das dann da nicht aufbauen und das musst du dir erstmal anhören. Ich saß da, ich hab gedacht, man, halt dein, halt einfach deinen Mund und, boah, boah, Leute, wer einfach mal den Mund halten muss und dabei sich stärken will, der kann bei ZEG Plus einfach mit Philipp 10 10% sparen. Dankeschön an alle, die das supporten, checkt die Seite mal aus, ihr wisst es gerade, More Nutrition hier und ZEG Plus, Philipp 10, äh, Matthias Clemens, danke für den langen Support, Beef Bandits, Philipp 10, alles rund um Fleisch bestellen, Leute, glaubt mir, ihr kriegt eine Mega-Qualität, alles, Raps, Soßen und so weiter bei den Beef Bandits mit Philipp 10. Ansonsten ist mein Buch auch draußen, Spiegel-Bestseller mit Philipp 10, gibt's da gar nix, aber bei King oder den Kongs gibt's das Buch mit Signatur. Dankeschön, ansonsten checkt die Seite aus extremistlos.de, falls jemand mal Lust hat, äh, mich zu sehen, live in der Prävention gegen Rechtsextremismus oder an der Schule oder sonst was, schaut euch die Seite extremistlos.de, Werbung, Ende, dankeschön, dass ihr auf dieser Reise mit dabei seid, danke an alle, die es hier supporten, mit der Kanalmitgliedschaft oder bei YouTube verlinkt, unter Patreon, ist immer der einfachste und beste Support, dankeschön, Ehre geht raus. Ja, und dann labert er und dann sagt er, und dann hat er sogar noch, dann hat er sogar noch Zeit, den Zeitpunkt erwähnt und das sage ich, das ist gar nicht so einfach, Leute, versetzt euch mal in die Lage und dann sitzt da jemand, der, der, der sich da hinsetzt und sagt so, ja, dann gab's da, dann gab's da Drogenübergaben und dann wird ja vom Staatsanwalt gefragt, ja, sagen Sie mal den Zeitraum, äh, ja, die Party war, ähm, die Party war da und da, ich sag jetzt mal, äh, war am 30.08.2010. und dann denke ich mir so, ja, Digga, das ist, das ist vier Jahre her, keine Ahnung, was ich am 30.08.2010 gemacht habe, wenn du dann gefragt wirst, ja, Herr Angeklagter, was haben Sie denn am 30.08.2010 gemacht? Digga, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, was ich gestern zum Mittag gegessen habe im Knast, keine Ahnung, ich kriege die, also die ganze Woche rückwirkend, was ich gegessen habe, mittags und abends, kriege ich nicht auf die Kette und ich kriege das auch nicht auf die Kette, was ich für 4,5 Jahre, ich führe doch nicht als Krimineller ein Tagebuch, wo ich reinschreibe, was ich jeden Tag, wie, welche Scheiße gebaut habe und dann labert er und dann erzählt er eine Geschichte auf Parkplätzen, dann haben wir uns in Anklam getroffen und dann hat er Preise rausgeholt, da hat er gesagt, ja, ich hab dann da, äh, äh, ich hab dann, ich hab dann immer, äh, ein Kilo geholt und ein halbes Kilo musste ich im Voraus bezahlen, dann hab ich den, äh, ich hab für ein Kilo dann bei denen irgendwie, äh, 50.000 bezahlt, äh, hab 25.000 angezahlt und 25.000 hab ich auf Komme und dann kam Philipp, haben wir uns getroffen an der Autobahnausfahrt und da wurde dann das Geld abgeholt, ich hab, ey, das war sehr, ja, ey, bin ich im richtigen Prozess? Ich sag, ey, ey, ihr vertraut doch nicht so einen Lurch an, der aussieht wie aus der Mülltonne gekrochen, dem geb ich doch nicht auf Komme, wenn ich den zweimal gesehen hab, geb ich denen doch nicht auf Komme 25.000 Euro mit. Und er labert und dann fragt der Staatsanwalt und sagt so, haben Sie denn noch ein Datum, wie lang ging denn das? Und er sagt so, ja, es ging ungefähr ein halbes Jahr lang. Und wird man ja auch, hat er ihn auch gefragt, warum, warum ging das dann nicht weiter? Ja, äh, äh, keine Ahnung, was er da gelogen hat, das weiß ich, das weiß ich nicht mehr. Hat er irgendwie, hat er irgendwas da hingesponnen, ja, ich wollte dann raus aus dem Drogenhandel, aber ich wurde dann doch und dann wurde mir das zu gefährlich oder sonst irgendwas. Scheiß drauf, ich hab das schon gar nicht, ich war, ich war auf 180, war total auf Zinne, weil ich wusste, wenn Sie dem jetzt glauben, der ja, pff, brauche ich mir um die anderen Anklagepunkte gar keine Gedanken mehr machen, dann hagelt es hier jetzt schon sechs, sieben, acht Jahre, der ja, da bin ich durch. Und dann, und dann sagt er, dann hat er so ein paar Daten genannt und dann sagt er, ja, das zog sich dann, äh, 2000, 2011 oder so, dann wurde ich hellhörig. Und dann sagt er so, ja, 2011, da haben wir dann die, die, die größten Deals gemacht, also das ist dann gesteigert, da haben wir die größten Deals gemacht und Geld und hin und her und immer mit Philipp getroffen, das war mein Ansprechpartner, hat er auch gesagt, ich hab noch andere Leute fahren lassen und so weiter und dann, dann hat er gesagt, ja, dann hab ich mit Philipp nochmal abgerechnet und dann so gebracht. Dann hat er über 2011 gesprochen. Tja, Gott sei Dank ist dann mein absolutes Restsuppelhirn, ist in eine Ecke gelaufen, ist in eine Ecke gelaufen und dann hab ich mich zu meinem Anwalt hingedreht, das weiß ich noch sehr bildlich, ich hab mich zu meinem Anwalt hingedreht, und hab ich ihm was ins Ohr geflüstert, ich sag, beantrage mal bitte, äh, eine Unterbrechung, wir brauchen mal eine Pause. Ich sag, das schockt mich hier gerade, lass dir irgendwas einfallen, warum wir jetzt hier eine Pause brauchen, ähm, ich muss dir was erzählen. Mein Anwalt dann aufgestanden, ich hab mich ja, äh, der ist dann aufgestanden, ist dann, hat in diesen Antrag gestellt, hat er gesagt, ja, mein Mandant braucht eine kurze Pause, wir müssen das besprechen, weil das alles viele neue Informationen hier sind, wurde das eine halbe Stunde unterbrochen oder so, wurde gefragt, wie lang denn, eine halbe Stunde, wir wurden hier auf Zelle gebracht und, äh, kann man auch in die Zelle und ich sag, pass auf, ich sag, ich hab den Typ noch nie gesehen, also doch, also ich hab ihn zweimal gesehen, das und das ist passiert, ganz kurz vor ihm davon. Ich sag, mir ist aber gerade eingefallen, in dem Zeitraum, wo ich ihn angeblich mit Kokain versorgt habe und Geld abgeholt hab, da saß ich in Untersuchungshaft, da saß ich in Berlin und, äh, Bütze, Untersuchungshaft, genau in dem Zeitraum, da saß ich diese, äh, diese viereinhalb, fünf Monate, saß ich da in Untersuchungshaft in Berlin und, oder vier Monate, was das da waren, saß ich in Untersuchungshaft und genau in dem Zeitraum soll das losgegangen sein und da sollen wir die großen Deals gemacht haben. Da hat er gesagt, das ist ja Jack Paul. Ich sag, ich kann das jetzt ja nicht belegen, er sagt, das muss die Justiz selber, das kann der Staatsanwalt selber rauskriegen, der hätte den besten Draht hin. Da hat er gesagt, pass auf, wir gehen jetzt in den, wir gehen jetzt in den Gerichtssaal rein und lass denen mal seine Lügen weitererzählen, der soll sich mal weiter verstricken und, ähm, und da hat mein Anwalt das beantragt, dass der, ähm, dass der Zeuge unter Eich gesetzt werden soll. Es ist nicht grundsätzlich, dass jeder unter Eich gesetzt wird, äh, das ist ein, das ist ein Antragsverfahren, glaube ich, aber irgendein Anwalt hier, der die Serien guckt, kann das bestimmt auflösen und dann wurde der, ähm, wie gesagt, unter Eich gesetzt. Und dann wurde er gefragt, dann hat er immer weiter gelogen und, äh, hat ihm Geschichten erzählt, geht um Daten, Mengen und Gelder und so. Und, ähm, ich generell, ich hab ja, ich hab ja geschwiegen und, ähm, dann hat irgendwann, dann, als der Zeuge dann entlassen wurde, der wurde dann entlassen und dann irgendwann ist man, ist man, also, dann saß der Zeuge dann noch und dann fragt er der Richter und sagt so, will die Verteidigung dazu was sagen oder Kreuzverhör und so weiter. Und, ähm, hat mein Anwalt gesagt, nee, zu der Märchengeschichte haben wir gar keine, haben wir gar keine Fragen. Und der Staatsanwalt so, ja, wie können Sie, weil der Staatsanwalt verteidigt ja seinen Zeugen, ne, und der sagt dann, der sagt so, ja, wie können Sie den jetzt hier Märchen nennen oder so, haben Sie jetzt eine konkrete Frage, dann fragen Sie. Und das Gericht so, ja, Herr Anwalt, zügeln Sie sich, also haben Sie jetzt eine Frage oder nicht, also jetzt hier nur einfach eine Beleidigung rauszuhauen. Da hat mein Anwalt gesagt, ja, der Zeuge hat einfach unsere Zeit hier verschwendet, nämlich den Zeitrahmen, den, ähm, den, den, den Herr Sven, äh, Herr Sven Märchen hier angegeben hat, war mein Mandant, äh, in Untersuchungshaft. Da würden wir gerne mal eine Erklärung vom Zeugen mich hören, wie der Drogenhandel stattgefunden hat, wenn mein, äh, Mandant nachweislich inhaftiert war in der JVA Bützow in Mecklenburg-Vorpommern und in der JVA Berlin-Moabit, wie das dann gelaufen sein soll. Digga, das ist ein unbezahlbares Gesicht. Ich wollte trotzdem verurteilt, scheißegal, also nicht deswegen, aber das ist ein unbezahlbares Gesicht, das zu sehen, wie, ähm, wie der Staatsanwalt, wie, wie du gesehen hast, wie die Zahnräder hinten, wie der Sand ins Getriebe kam und die Zahnräder stehen geblieben sind. Du hast es gesehen. Und, äh, und der Sven saß da, der saß da ja wie so ein, 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 wie so ein Hans Opfer, saß da da so und, ja, scheiße, das wusste er ja natürlich nicht. Der hat sich in der Zeit nicht mit mir beschäftigt, wusste nicht, dass ich zu dem Zeitpunkt inhaftiert war und genau den Zeitraum, wo ich angeblich mit ihm diese großen Mengen Drogen gehandelt habe, saß ich in Untersuchungshaft. Das Glück musst du erst mal haben, dass Untersuchungshaft mich gerettet hat davor, dass ich vielleicht ein 6er, 7er, 8er Eisen bekomme über eine ausgedachte Geschichte im Drogenhandel. Der Staatsanwalt hat gesagt, ja, das werden wir aber prüfen, ne? Irgendwie gesagt, ja, prüfen Sie. Das können Sie jetzt machen. Rufen Sie an bei Ihnen in Dezernat in der Abteilung und fragen Sie nach, wo Herr Schlaffer war in dem und dem Zeitraum, in den Monaten. Dann, oh, Richter hat gesagt, okay, dann hat sich das ja hier, glaube ich, jetzt erst mal erledigt. Ich glaube, zwei Stunden später war der Anklagepunkt eingestellt. Heftige Erinnerung für mich, weil da hätte es richtig scheppern können. Da hätte es richtig scheppern können. Das war meine Story mit Sven. Ich weiß nicht, ob der danach was bekommen hat für diesen Meinheit, was aus dem geworden ist, ob der im Zeugenschutz war, ob der dann da rausgeflogen ist, was er sich ausgedacht hat. Weil diese Lüge hat natürlich alles auch torpediert, falls er auch irgendwas gegen seine Bandidosmöglichen Brüder ausgesagt hat oder irgendwelche Leute da in der Region. Weiß ich gar nicht, was uns dem passiert ist, ist mir aber auch relativ egal. Ich war auf jeden Fall froh, dass ich da diese Untersuchungshaftzeit hatte. Und dann ist dieser Anklagepunkt weggeflogen. Alter Falter, das ist eine Erinnerung für mich. Dankeschön, dass ihr für diese Reise mit dabei seid. Es wird jetzt ein Special geben, wo ich mit jemandem aus der schwarzen Schale in den Urlaub fahre, weil ich bin jetzt im Urlaub weg und da werde ich eine Serie mit dem Handy im Urlaub aufnehmen und dann erzählen, wie ich mit jemandem von der schwarzen Schale in den Urlaub gefahren bin, geflogen bin. Das war auch eine wilde Story. Und da kommen wir zu. Vielen lieben Dank an alle, die das hier supporten, mit einer Kanalmitgliedschaft als bei Patreon oder sonst wer gesagt hat. Lasst gerne einen Daumen oben da, wenn ihr mich scheiße findet und die Story auch scheiße oder mich nur scheiße und die Story ist ganz gut, dann einen Daumen runter. Kommentiert gerne, all das hilft dem Algo, aber ansonsten machen wir diese Arbeit weiter. Ich freue mich einfach, dass ihr auf dieser Reise mit dabei seid. Und eigentlich bleibt mir nur zu sagen, ich verbleibe wie immer mit einem Ahoi von der Küste.